Hallo Leute und willkommen zu meinen Top 20 PS3 Soundtracks. Und ja, das ist ein Re-Upload. Also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ich wünsche euch viel Spaß. Für die Leute, die es schon gesehen haben, die können auch gleich wieder ausschalten. Ich musste nämlich den zweiten Platz, nämlich, äh ne nicht zweiten, den dritten Platz musste ich den Soundtrack dermaßen pitchen. Also das ist richtig unertragbar, den jetzt hier in der Top-Port im Video anzugucken. Aber es ging nicht anders, dann durch dieses Lied wurde mein Video in 214 Ländern gespielt. Ja, also eigentlich beinahe alle. Und das ist natürlich scheiße und deswegen mache ich jetzt ein Re-Upload, dass ich meine Top 3 habe bis jetzt. Also Playstation 1, 2 und 3, denn ich arbeite ja gerade an den PS4 Top-Soundtracks. Dass ich dann eigentlich fertig bin mit Sony und dann, dass ich dann die Spiele mache. Also nicht mehr die Soundtracks, sondern meine Top 20 Spiele an der PS1, 2 und 3, 4. Und ja, viel Spaß Leute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 «ZDF, 2020» 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 «ZDF, 2020»